Ich war in einer Woodland Mansion. Ich war in einer Pyramide. Ich war in einem Dorf. Ich war in einem Stronghold. Tatsächlich sagen hiervon nur zwei Leute die Wahrheit und zwei sind dreist am Lügen. Aber genau darum dreht sich das Lügen-Battle 3.0. Gut die Wahrheit sagen. Und, das habe ich noch nie beachtet, da war Kohle-Ohr an der Wand in dem Haus. Oder noch besser Lügen. Käppichchen. Ja, sind oben. Weiße. Nur weiß? Nur weiß, ja. Also unten hast du rote auch im Kerker. Denn jedes Mal, wenn du mit einer falschen Aussage durchkommst, erhältst du einen Punkt und kannst dieses Battle gewinnen. Ein unfassbar cooles Format, das mal ein bisschen anders abläuft als die normalen Videos. Deswegen würde ich mich riesig freuen, wenn ihr einen Like da lasst. Abonniert diesen Kanal und schreibt in die Kommentare, ob ihr hiervon mehr sehen wollt. Viel Spaß mit diesem Video. Uns vier würde ich heute nicht vertrauen, denn wir befinden uns im Lügen-Battle 3.0. Wir werden heute das Poker-Face aufsetzen und versuchen, der beste Lügner oder ein stabiler Wahrheitensager zu sein. Es wird heute die Strukturen-Edition geben mit diesen wunderbaren Menschen. Jeder wird gleich zu einer Random-Struktur teleportiert und entweder bekommt er den Auftrag, alle gnadenlos anzulügen oder einfach nur die Wahrheit zu sagen. Je nachdem, wie gut man das Ganze macht, bekommt man Punkte. Super einfach zu verstehen. Schaut unbedingt bei den anderen vorbei. Lasst einen Like da. Und ich würde sagen, wir starten in die erste Runde. 3, 2, 3, 2, 1, go! So, Runde Nummer 1. Und wir haben die neue Struktur. Und ich muss lügen. Alright. Also, 3 Minuten habe ich Zeit, mich jetzt ein bisschen vorzubereiten, dass diese neue Trail-Ruine jetzt hier ist, ist eigentlich mehr oder weniger irrelevant. Denn ich muss mich... Oh Gott, ich muss mir jetzt irgendeine andere Sache einfallen lassen. Jetzt habe ich halt eine Menge Auswahl und nicht so viel Zeit. Ich nehme passend zu diesem Biom... Ich nehme ein Iglu. Wie finde ich ja beide bei meinem Outfit? Ich bin heute undercover, wie gesagt, unterwegs und man soll mir ja heute nicht ansehen, ob ich lüge oder nicht. Wir haben jetzt Lüge. Jetzt wird es halt direkt ein bisschen knifflig, weil ich weiß nicht, mit welcher Struktur ich anfangen soll. Ja, es ist relativ leicht gewesen so. Ich war in so einem Schneebiom und da war ich vor einem Iglu. Das war ein Iglu, so einem Eingang. Das war ein Iglu, dieses Iglu mit Redstone Torch und der im Teppich. Unten drunter war eine Leiter. Da konnte ich so nach unten gehen. Ach so, what the fuck? Ich sehe jetzt, als ob wir wirklich bei den Iglus sind. Bitte sag mir die... Nein, Lüge. Am Anfang direkt. Ich kann nicht. Okay, wir haben zweieinhalb Minuten Zeit. Wir dürfen alles nehmen, außer einen Dschungeltempel. Ich glaube, ich nehme ein Rune Portal in einem Jungle, damit ich trotzdem ein bisschen was hiervon usen kann. Oh nein, ich muss lügen. Ich sag, ich bin in einem Mindshaft gewesen. Da bin ich so ein bisschen so geradeaus gelaufen. Dann waren da so Gifts bei der Spawner und eine Kiste. Da habe ich ein Brot drin gefunden. Dann bin ich nach oben gegangen und habe dann gecheckt, da war so alles voll mit Schnee und so... Wie heißt das hier, dieses Holz? Spruce Lock, okay. Warum muss ich direkt mit einer Lüge anfangen? Alter, ich bin der schlechteste Lügner auf Planeten. War beim letzten Mal so, dass wir das nur mit Items gespielt haben. Diesmal sind eben auch Strukturen dabei. Wir werden aber trotzdem auch nochmal eine Runde mit Items spielen. Das Ziel wird es sein, wenn ich jetzt Lügner bin, dass die anderen denken, dass ich die Wahrheit sage. Sollte ich jetzt aber Wahrheit sagen, sollte ich sie davon überzeugen, dass ich lüge. Ich bin sehr gespannt. Das Problem ist, heute auch neu mit dabei Kevin. Und Kevin ist unberechenbar. Aber ich glaube, Kevins Kenntnisse über Strukturen sind nicht so stark. Stegi auch ein ganz gefährlicher Lügner. Stegi kann unfassbar gut lügen. Und ansonsten haben wir Heiko, super Arounder, der mehr oder weniger alles kann. Ich bin in einem Mindshift gespawnt. Da bin ich so ein Stück gerade ausgelaufen. Und dann war auf der linken Seite, ging es dann so weiter. Da bin ich dann quasi... Da war... Ich stoppe da jetzt schon! Oh mein fucking Gott! Okay, Hexenhaus. Hexenhaus, schwarze Katze. Boah, ich hoffe, ich werde nicht enttarnt. Es hatte einen Keller. Es hatte einen Keller. Wenn ich sagen würde, es hatte keinen Keller, ist das zu auffällig. Alright, es geht wieder zurück in das Studio. Ins Verhör. Na, hallo! Na, Hallöchen! Habt ihr eine tolle Struktur gesehen, ha? Ich würde mal sagen, setzt euch mal gerne in Reihe. Hallo, Herr Günther ja auch. Was hattest du denn für eine Struktur? Ich hatte das Hexenhaus. Was hast du da so für Kreaturen so gesehen? Also ich hab erstmal, drumherum, weil es Nacht war, hab ich sehr viel Mobs gesehen. Das muss ich auch dazu sagen. Ich war sehr low. Ich hatte Angst. Das müssen wir vielleicht gleich noch fixen. Ich weiß nicht. Wenn man stirbt, hättet ihr gesehen, dass ich tot bin und an den Wassig gestorben bin? Ich hab das Gefühl, Stigi, du sagst es gerade und fragst es so, weil du warst nicht im Hexenhaus. Und du willst gerade so tun, als so, oh, die Hexe war mega stark und ich wäre fast an dir gestorben. Ich glaube, diese Story ist ein bisschen erfunden. Man sieht im Chat nur, Stigi died. Man sieht nicht, woran. Ja, okay. Also eben, unabhängig davon, ob ich jetzt gelogen hätte oder nicht, wollte ich damit echt nur die Challenge retten. Weil wenn später jemand an Guardians oder so stirbt, wäre halt ein bisschen schwierig so. Du versuchst ein bisschen gerade abzurecken, Stigi. Ich kommst schon genau auf Guardians. Ja, find ich auch mega komisch. Beschreib mal genau, was war da noch so. Was war da irgendwie... War irgendwas da drin? Ich weiß nicht, kann da eine Kiste oder so drin spawnen? Ich bin nicht wirklich reingekommen, weil die die ganze Zeit mit ihren komischen Tränken rausgeworfen hat. Du bist doch einmal kurz reingegangen. Weil wenn du uns... Also du willst uns doch erzählen, willst du uns die Struktur doch beschreiben. Ja, will ich auch. Aber ich hab... Also ich wusste nicht genau... Haben wir gesagt, mit vielen Blöcken abbauen oder so? Weil ich bin nicht reingekommen. Aber du willst mir jetzt sagen, du kannst uns nicht weiter beschreiben, was da drin abgehen, weil du nicht reingekommen bist, weil du keine Blöcke hattest. Nein, nein. Da war ein Blumentopf drin. Das habe ich gesehen. Die Katze war drin. Was war ein Blumentopf drin? Was war ein Blumentopf drin? Eine Blume. Ich bin fertig hier. An dieser Stelle möchte ich euch als Detektiv eine Sache sagen. In diesem Blumentopf befindet sich keine Blume. Der ist am Flunkern. Er sagt zu 100% nicht die Wahrheit. Er hatte keine Hexenhütte. Er lügt. In diesem Blumentopf ist ein Pilz drin und keine Blume. Er hat sich verquatscht. Wenn er Wahrheit hätte, müsste er zu 100% die Wahrheit sagen. Das wäre gelogen. N-n. Stegi lügt. Okay, ich glaube Stegi wollte so ein bisschen so wirken, als hätte er gelogen. Ich glaube aber, er sagt die Wahrheit. Und ich werde deswegen Wahrheit nehmen. Ich war eigentlich der Mann durch den Lüge, aber jetzt im letzten Moment habe ich mich noch mal auf Wahrheit entschieden. Ich glaube, dass die anderen beiden Lüge nehmen werden und dass ich dann dadurch vielleicht den ersten Punkt securen kann. So Stegi, deine erste Runde. Ich reveale, ich habe natürlich gelogen. Mann, das war so obvious. Mann Stegi, ich dachte, das ist irgendeine crazy Strap von dir. Anscheinend habe ich was falsch beantwortet. Und da ist eine, ist da ein Pilz oder so? Da ist ein Pilz im Blumentum. Oh mein Gott, ich soll nicht das wissen. Ja, genau, ich soll nicht das wissen. So, damit bekommen alle Spieler einen Punkt außer Kevin. Stegi hat, muss man dazu sagen, die Möglichkeit verloren. Also Stegi hätte rein tötisch drei Punkte bekommen können, damit hätte er vorlegen können. Aber so haben wir einen Stand von 1, 1, 1 und 0. Und wir machen weiter mit Mr. Monokel. Heiko Carscrafter, einem auf den heißen Stuhl. Heiko, setz dich mal hin auf die Bank. Oh, der sieht ganz nervös aus. Heiko Carscrafter. Ihre Struktur. Ich hatte einen Rune Portal. Ein Rune Portal. Das war ein schönes, großes Rune Portal. Iron Bar ist noch drumherum, was direkt so 15 Blöcke hoch ist. In einem Dschungel. 15 Blöcke? Mit Jungleblättern außen. Ja, geschätzt. Ich weiß nicht genau, wie hoch. Aber so ein großes Rune Portal. Wie viele Goldblöcke hattest du denn dann da? Einer. Einer? Ein einziger. Da hängen so oben dran. Einen Goldblock. Okay. Einen Goldblock. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, du hast die jetzt genommen, also sofern du nicht wirklich dort standest. Weil das ist eine Struktur, die du mit am besten kennst, die du fast am besten wiedergeben kannst. Oh, okay. Das war der Fehler, den ich gemacht habe. Ich habe das Hexenhaus genommen, war ziemlich dumm, weil ich es nicht kannte. Aber beim Portal kannst du halt nicht viel verkehrt machen, weil du es in- und auswendig kennst. Das heißt sogar, den Loot Table kennst du da sogar schon. Das hätte ich mir ausgedacht. Ich verstehe. Wie viele Obsidian, wie viele Crying Obsidian waren es denn so? An dem Portal? Ja, ja. Also ist es ein Speedrun Portal? Ist es so ein Riesensportal? Nee, das war so ein Riesenportal. Also die habe ich nicht gezählt. Und Lava? Keine. War so Lava nicht exposed? Gar keine Lava? Null. Ich habe alles gehört. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Magma-Blöcke auch nicht? Magma-Blöcke schon. Aha, der lacht ein bisschen. Ja, ja. Jungs, Feierabend. Feierabend. Also Heiko. Hm. Du siehst so anders aus. Ich gehe in die Kammer, Jungs. Heiko lügt. Muss sagen, das Rune Portal kommt mir sehr, sehr, sehr merkwürdig vor. Ein Rune Portal ohne Lavasee. 15 Blöcke hoch. Ein einziger Goldblock. Heiko lügt. Okay, meine Vermutung ist, aber es könnte damit jetzt auch natürlich Back-to-Back falsch liegen. Ich glaube, er hat die Wahrheit gesagt. Weil genau das, was Stegi meinte, wäre für Castcraft dazu einfach. Der kennt alles. Der spielt seit 20 Jahren Minecraft, Bro. Der ab mit Minecraft. Der hätte eine krassere Struktur genommen. Also ich sage, final, er hat die Wahrheit gesagt. Hier sitzen Lügner vor uns. Weswegen Lügner? Weil er das Rune Portal genommen hat. Das Rune Portal, es ist das oder es ist die Structure, die er in- und auswendig kennt. Er wusste ganz genau, er kann dazu alles sagen. Seine Herangehensweise war, wir nehmen die, die am simpelsten ist für mich. Die kenne ich. Die Wahrscheinlichkeit, dass er wirklich ein Rune Portal bekommt, ist zu gering. Lügner! Es ist ein Lügner! Ich mache es kurz und schmerzlos. Heiko, ich habe dich erwischt beim Lügen. Ich bin mir sicher, dass du gelogen hast. Ich glaube, dass Heiko Karscrafter die Wahrheit gesagt hat, weil meine Vermutung ist, dass dieser Mann vor uns eine schwerere Struktur gewählt hätte, wenn er lügen würde. Ich denke, es ist ein Lügner, weil er eben dann trotzdem eine leichtere Structure genommen hat, weil er einfach wusste, er kann die gut beantworten. Es könnte einfach auch Glück sein, dass es die dann geworden ist, hat er sich gedacht. Und er tut sie gut beantwortet, alles. Aber, ja. Ich will nochmal ganz kurz einwerfen, ich meine, dass das Rune Portal existiert so nicht. Oh mein Gott, Basti kommt wieder bei Meta-Ebene. Das kann ja auch falsch sein. Heiko hat gelogen. Damit bekommt Heiko einen Punkt von Kevin, Stegi und ich aber auch einen. Damit steht es 2-2-2-0. Ey, aber mach auch gerne beim nächsten Mal wieder mit, wer das heißt, wie ihr versucht zu lügen, Kevin. Ja, ja, klar, klar. Dann erzähle ich euch mal ein bisschen was von meinem Trip, okay? Denn ich hatte eine sehr, sehr coole, interessante Struktur. Wenn ihr wollt, ich kann euch darüber eine Menge erzählen. Ich war nämlich bei einem. Ich kenne den Raum. Ich war an einem Iglo. Bei mir war es ein bisschen kalt. Okay. Okay. Was war an einem Iglo so? Also, Iglo so aufgeteilt. Oben haben wir Bett und Küchenbereich. Da haben wir unsere Redstone-Torch, den Ofen, das Bett. Und ich konnte nach unten gehen und dort war der Kerker. Mit der Leiter eben nach unten gegangen. Genau. Da hast du immer eine Kiste, ja. Genau, genau. Und was war da so drin? Da hast du ja wahrscheinlich reingeguckt, ne? Da war ein Steinachst, Kohle, bisschen Goldnuggets und ein Goldapfel und ein normaler Apfel. Ein normaler auch? Ein normaler auch. Alles gehört. Da habe ich eine Frage. Basti? Ja. Teppichchen. Ja, sind oben. Weiße. Musst du einen abbauen, um runterzukommen. Mhm. Nur weiß? Nur weiß, ja. Also, unten hast du rote auch im Kerker. Basti hat gelogen. Ich habe sehr viel Glück hier bei dieser Überführung gehabt. Denn ich war gerade bei einem Igloo und ich meine, wir haben oben grau und weiße Teppiche gesehen. Hätte ich so nicht wissen können. Deswegen sehr viel Glück gehabt bei meinen Recherche-Arbeiten. Basti aber gut gemacht. Sehr gut, gerne. Der Rest war alles so top, hey. Das war krass. Ich glaube, Herr G.A.G. hat die Wahrheit gesagt. Weil ich habe das Gefühl, man hätte eine Steinachst nicht in der Kiste gesagt, wenn man sich die selber ausdenken würde. Und was ich am krassesten suspicious fand, war Goldapfel und ein normaler Apfel. Das, finde ich, würde nur jemand sagen, der die Wahrheit sagen würde. Weil das ist so random, dass man zweimal Apfel sagen würde. Wenn man lügen würde, würde man nicht zweimal Apfel sagen, finde ich. Würde ich jedenfalls nicht so machen. Aber ich bin auch dumm, also keine Ahnung. Aber ich werde trotzdem die Wahrheit nehmen. Ich glaube, Basti hat die Wahrheit gesagt. Er sagt die Wahrheit, ich glaube ihm. Er sagt weit. Jeder von euch hat gevotet. Na dann, was glaubt ihr? Boah, ich finde ich gespannt. Also ich habe gesagt, dass du die Wahrheit sagst, weil ich fand es krass suspicious, dass du Apfel und Goldapfel gesagt hast. Das würde jemand nur machen, der die Wahrheit sagt. Ja, ich habe dir auch geglaubt. Ich glaube dir, Basti. Ich sage, du hast gelogen. Warum stehst du auf dem Tisch? Weil ich muss jetzt das Wort ergreifen. Meine beiden Kumpanen checken gar nichts. Ich war random vorhin in einem Iglu und habe zwei Blöcke abgebaut. Oben. Und dabei ist mir das hier aufgefallen. Ich sehe da einen grauen, ähm, einen grauen Karpet. Und was ist das? Ein weißer Karpet, Officer. Ich wusste, wir hätten den Testrun nicht machen müssen, weil ansonsten hast du keine einzige Struktur vor Augen. Ich habe dreist gelogen. Ja. Oh mein Gott. Ich hätte es mir nicht mal gemerkt, ich habe das im Inventar noch die beiden. Gefällt mir trotzdem, denn trotz Fehler bekommt Basti zwei Punkte und Stegi bekommt einen. Kevin. Ja, Hallöchen, Freunde. Was hattest du denn für eine Struktur? Ich war in einem Mindshap, Freunde. Soll ich erst mal ein bisschen erzählen? Ah, da wollte ich auch schon mal in den Raum gehen. Soll ich erst ein bisschen erzählen? Ja, erzähl mal, ein Mindshap. Sorry, ich stehe gerade auf dem Schloch. Was ist denn das für eine Struktur? Ich hätte eine Frage schon vorab. Okay. Die durchschnittliche Höhe eines Mindshap, also wie viele Blöcke ist die Decke hoch? Ja, ich glaube drei und dann kam die Decke. Okay. Das ist ein großer Mindshap? Ich bin relativ schnell rausgelaufen, weil ich halt gucken wollte, was oben ist. Also der war relativ hoch und dann bin ich rausgelaufen. Du wolltest bei dem Format gucken, was draußen ist, wenn du dir eine Struktur einprägen musst? Ich dachte halt, ich soll halt auch sagen, was so drumherum ist und so. Und dann dachte ich so, ja, hier ist halt nur Höhe, dann gehe ich hoch, weißt du? Dann hast du dich einfach mal entspannt mit der Hand durch Stein gebohrt. Nein, nein, da ging so ein Tunnel so hoch. Ich bin da einfach so hoch gemufft direkt. Ein normaler Mindshap-Pfeiler, der diesen Gang versucht vor dem Einschützen zu retten. Wie ist der aufgebaut? Äh, also da waren so dieses Fens-Ding, oder? Also dieser, wie nennt man das auf Deutsch? Zaun? Ja, Zaun war da. Aber so jeder Pfeiler hat immer so, wie viele Zäune hat der dann? Ich schnuppere gerade. Ich rieche Angstschweiß. Ich kann es wirklich nicht mehr genau sagen, weil ich so kurz in dem Ding war. Ich bin dann halt direkt rausgegangen zu dem Biom, checken, was da für Holz ist und so. Ich freue mich unfassbar, dass Kevin mitmacht, aber Kevin lügt. Also jeder heute hat in der ersten Runde gelogen. Kevin, er hätte es niemals geschafft, innerhalb von drei Minuten sich da durch Stein zu bauen. Und dann hat er da, ich wusste ja gar nicht viel zu sagen. Also ich meine, dass er gelogen hat. Und wenn er die Wahrheit sagen sollte, dann bin ich sehr gespannt auf seine Aufnahme, zu sehen, was das für ein Mindshift war. Das ist ein Kackendreist gelogen. Das ist ja unglaublich. Aber vielleicht ist er auch smart und er hat die Wahrheit erzählt, aber da war ja alles falsch, was er gerade erzählt wurde. Es war eine Lüge, denn er hat die Bögen komplett falsch erklärt. Er hat die gleiche Verteidigung wie ich angewandt am Anfang. So ein bisschen drumherum quatschen, so von wegen, hä, wenn wir jetzt so eine Todesnachricht bekommen, sieht man das dann, wo man gestorben ist, bla 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 bla. Ist eine Lüge gewesen. Das finde ich gar nicht gut. Er hat gar nichts nicht gemerkt von diesem Mindshift. Dann machen wir es kurz und schmerzlos. Kevin, ich freue mich unfassbar, dass du mitmachst, aber das war so dreist gelogen. Also mehr Lüge geht da gar nicht. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Oha! Im schließt sich mir aber sowas von an. Ich bin auch der Meinung, du hast gelogen, auf jeden Fall. Du hast ja zumindest, hättest du dir mal so eine Stütze gemerken können oder so. Oh. Ja, ey! Ey! Ich habe gelogen! Ey! Es hat Rides! Ich kriege in meiner ersten Runde, in meiner ersten Runde kriege ich eine Lüge. Das war Runde 1. Es steht 5, 4, 3 zu 0. Und wir gehen damit in die nächste Runde. Es gibt neue Strukturen und vielleicht gibt es auch mal jemanden, der die Wahrheit sagen muss. Wir hatten viermal eine Lüge. Oh mein Gott! Aber mit Lügen kann ich gut Punkte holen. Ja, so sieht by the way ein Mindshift aus. Nachdem den Kevin jetzt beschrieben hatte, hat man vielleicht das Bild nicht ganz vor Augen gehabt. Okay, drei Minuten Zeit. Ich muss mir ein bisschen was überlegen. Ocean Monument. Da ist so direkt so ein Typ bei mir. Dann war da so Bögen. Da bin ich so rein. Da waren so diese weißen Blöcke oder so. Dann war da so dieser grüne Cobblestone. Ja, dieser grüne Cobblestone ist, glaube ich, smart. Weil dann denken die, ich lüge. Und dann kam immer so dieser Typ da vor meinem Bildschirm. Bitte sag... Boah, bitte gib mir Wahrheit. Oh nein! Was? Wenn da steht, dass ich nur gestorben bin, dann würde ich mich töten und sagen, ich war bei einem Pillager Outpost. Es geht weiter. Wir sind hier bei einem echten Village. Und wir müssen die Wahrheit sagen. Okay, das merken wir. Das schaffen wir. Wir haben Schnee. Wir haben zwischen dem Schnee Wege. Wir haben kleine Eis-Iglus mit Betten. Ein Stonecutter-Haus, Ofen-Haus, Laternen-Haus. Dann ist in dem Haus sogar eine Toll-Ohr. Das kenne ich, äh, das checke ich ehrlich gesagt nicht. Ist wahrscheinlich halt schon so ein Tier-Modul, aber ohne Tiere. Ich mache den ekligen. Ich nehme mir jetzt hier Items mit und tue so, als ob ich den Stuff aus etwas rausgeholt habe, was die Struktur war. Jetzt hat die Frage, Brot und eine Eisenspitzhacke, wo kriege ich das her? Oh! Smart gemacht. Ich bin gestorben. Kevin auch. Nein, noch nicht smart gemacht. Okay, ich war an einem Pillager Outpost. Heiko gestorben. Kevin auch. Ich sage, dass es ein Dorf war. Es war ein Plains Dorf. Ich habe eine Schmiede gelootet. Da wäre normalerweise jetzt aber nochmal besser. Ich sage, ja, in der Schmiede war noch Dias. Oh mein Gott. Das ist ein Masterplan. Dann haben wir einen Fletcher. Oh, Heiko. Okay, der wird lügen. Wenn schon, denn schon. Musste ich tun. Hä, wenn schon? Also wirklich. Hä, Stigi auch? Alle Lügen, die gerade sterben. An die Kiste bin ich nur ganz kurz rangekommen. Und dann haben die mich getötet. Ich bin hochgelaufen. Ich habe dann aber mein Zeug verloren. Wir waren im Plains Biom. Unten ist Birkenholz. Dann Koppeltreppe nach oben. Stigi, mein Bester. Einmal Platz nehmen. Schwing dich rauf da auf den Stuhl. Diesmal war ich bei einer anderen Struktur. Boah, das ist ja cool. Und zwar bei einem Village in einem Snowy Plains. Und da bist du mal so ein bisschen rumgelaufen. Wie groß war die Village? Ich würde sagen, zehn Häuser vielleicht. Kann ich aufzählen? Häuser. So kleine Iglus. Tierspots. Zwei sogar in der Zahl. So Tierspots, wo so Tiere stehen können. Mit so einem Wasserkroog. Dann noch zwei Felder. Was für eine Form hatten diese Felder? Oh. Ich sag dir ehrlich, wie kann ich... Oh, da ist jemand aufgeregt. Ich glaube, da ist jemand aufgeregt. Nein, nein. Ich habe alle andere Sachen besser gemerkt als die Felder. Aber die Felder, würde ich sagen, waren quadratisch. Waren aber irgendwie zugeschneit. Hatten keine Ränder aus Holz, meine ich. Sondern die waren einfach da. Da waren ja auch dann wahrscheinlich im Dorf Villager, oder? Ja. Also da waren ja auch bestimmt einfach noch welche, die noch keinen Beruf hatten, oder? Villager euch den auch nicht so angeguckt, aber ich habe einen Villager gesehen. Ja. Der hatte so Lederstuff an, würde ich sagen. Lederstuff. Lederstuff, okay. Was für Farbe hast du da gesehen? Welche Farbe? Was für Farbe hast du da gesehen? Das weiß ich gar nicht, das ist auch nicht mehr. Das weißt du zu 100% still. Du hast es ja die ganze Zeit gesehen, also du müsstest dir eigentlich gemerkt haben, oder? Nein, nein, nein. Ich kann euch einen anderen Funfact zu dem erzählen. Es war Nacht, es wurde morgens, er ist rausgekommen und er ist gelaufen, während er gelegen hat. Das war der Funny-Funfact. Das hatte meine Hauptaugenmerkbar. Du hast nicht gesehen, wie er aussah. Leder. Der hatte schon eine Farbe. Entweder war er blau oder grün, würde ich sagen. Ich hatte ein Haus, was hinten so einen Kamin hatte, das aus dem Haus rausgeguckt hat irgendwie. Und, das habe ich noch nie beachtet, da war Kohleohr an der Wand in dem Haus. Ey, ich sage euch so, wie es ist. Ich habe alles gehört. Ich gehe rein. Okay, also, ich finde, für Stegis Verhältnisse hat er das Ganze sehr, sehr gut sich gemerkt. Das heißt, ich denke, er war wirklich in der Struktur und ich glaube, der Mann hat die Wahrheit gesagt. Ich sage, der erzählt absolut die Wahrheit. Deswegen gebe ich ihm auch die Wahrheit. Aber es besteht die kleine Chance, das kleine Problem, dass er, ähnlich wie ich bei einer anderen Struktur gespawnt ist, dann zu dem Dorf gelaufen und sich deswegen alles gemerkt hat. Aber ich sage, er sagt die Wahrheit. Es ist ultraschwer, weil Stegi sich manche Sachen nicht eingeprägt hat. Es kam mir erst merkwürdig vor, dass er nicht die Farbe der Villager kennt. Im Snowy Plains sind es nämlich, haben sie grüne Ärmel. Er hat dann aber grün und blau gesagt. Mir gefällt das auch mit dem Kohleerz. Das kann, glaube ich, wirklich sein. Die Felder sehen halt eindeutig anders aus. Ich glaube, Stegi sagt das allererste Mal heute in diesem Video die Wahrheit. Stegi, du kennst mich ja auch schon sehr lange. Jaja. Und ich dich auch. Ja. Und, ähm, ja. Du sagst die Wahrheit. Da möchte ich mich anschließen. Ich schließe mich den beiden ebenfalls an. Das war ein bisschen zu, zu viel Info. Ich wollte euch wirklich die Wahrheit sagen. Und ich wollte euch auch das Ganze sozusagen so detailliert wie möglich beschreiben, was ich alles mir gemerkt habe. Denn ich habe die Wahrheit gesagt, ja. Ein kräftiger Applaus. Das ist der erste Punkt für Kevin. Jawohl. Und Heiko und ich bekommen auch nochmal einen oben drauf. Let's go. Heiko, Cast Crafter, was hattest du für eine wunderbare Struktur? Ich schließe mich einer Struktur an, die sehr gut zu Stegis passt. Ich war nicht bei einem Pillager Outpost dieses Mal. Oh. Geht er Hand in Hand. Cool. In den Village. Und da hast du ja bestimmt die Kiste oben gelootet, oder? Wieder nicht. Nein. Warum nicht? Wieder nicht. Ich wollte. Ich habe kurz reingeguckt, bin dann aber gestorben. Aber ich habe sie nicht gelootet. Du bist gestorben an den Pillagern. Wie geht denn das? Also die schiefen noch voll versetzt. Da waren super viele direkt, als ich gespawnt bin, um den Outpost schon. Und die sind wir damit hochgelaufen. Der Eingang des Outposts. Wie hoch war der? Zwei Blöcke. Wie breit ist der? Ein Block. Aus welchen Blöcken besteht dieser? Aus Cobblestone. Der gesamte Eingang besteht aus Cobblestone. Also die Base von ja. Aber es sind doch Stairs verbaut, ne? An diesem Outpost. Richtig. War es für welche? Kobbel oder Mossy Kobbel? Kommen wir mal ganz kurz nochmal an meine letzte abschließende Frage. Da sind ja auch Banner. Kannst du mir den Banner so ein bisschen beschreiben? Ja, der sieht aus wie ein Revenger. Welche Farbe haben die Augen, Heiko? Du darfst nicht lügen. Ja, äh, rot. Also das ist glaube ich grau, schwarz und rot. Ich habe große Probleme gerade, weil Heiko hat den Outpost unfassbar gut beschrieben. Es ist wirklich so aufgebaut. Ich habe in All Sounds den damals ja auch, ne, mir komplett eingeprägt. Mich stört das gerade, dass er gestorben ist. Dass er sehr schnell gestorben ist. Das war ein bisschen merkwürdig. Ich kann mir nicht vorstellen, wenn du in den Outpost reinrennst sofort, das dauert eine Weile, bis du eigentlich stirbst. Aber die Beschreibung der Sachen ist unfassbar gut. Heiko hat eine Farbschwäche. Die Augen des Banners sind nicht rot, sondern grün. Aber er hat genau halt auch eine grün-Schwäche. Deswegen, ich sage, er hat hier nicht gelogen. Er sagt die Wahrheit. Ich bin wirklich 50-50. Aber ich vertraue auf mein erstes Bauchgefühl, weil das lügt meistens nie. Und ich glaube, der Mann hat gelogen. Meine Vermutung ist, er lügt leider wieder. Ich kann es nicht komplett belegen. Aber ich meine, es gibt noch Holsters im Outpost. Ich weiß nicht genau wo. Dennoch muss ich dazu sagen, er war sehr confident, wie er das erzählt hat. Ich finde, er hat es sehr gut erklärt. Deswegen denke ich aber trotzdem aufgrund meiner ersten These, er wird lügen. Es haben alle gevotet. Und Heiko, ich sage dir so, es war schwierig, fand ich. Aber ich habe gesagt, du sagst die Wahrheit. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, dass du so ein bisschen gestruggelt hast mit dem Beschreiben und so weiter. Und ich war am Ende auch eher so auf, er sagt die Wahrheit. Aber ich dachte, ich vertraue auf mein erstes Bauchgefühl, weil es ja in den letzten Runden schon so gut funktioniert hat. Und habe deswegen gesagt, du lügst. Heiko, du hast es perfekt erzählt. Ich glaube trotzdem, du hast gelogen leider. Pisser seid ihr, sage ich euch ehrlich. Nein, ich habe noch nie aus. Let's go. Dann mache ich mal weiter. Ich muss ehrlich gesagt sagen, ich wünsche, ich könnte euch irgendwie was Cooleres präsentieren. Aber ich war in einem Plains Village, in einem Plains Dorf. Ich will jetzt nicht den Metagamer machen, aber ich habe ein paar Geschenke vor euch mitgebracht. Denn es gab eine Schmiede. Da habe ich unter anderem den Kollegen einmal rausgeholt, eine Eisenspitzhacke. Ich habe sogar Diamanten und Brot. Okay, das ist ja ziemlich lucky, ne? Eigentlich schon so. Das ist ja schon eine gute Kiste. Das ist eine gute Kiste, aber könnte halt rein theoretisch noch ein besserer Stuff drin sein. Was für eine Dorfmitte hattest du? Ich hatte einen Brunnen. Und wo stand da die Glocke? Nein, ich stand an der Ecke von diesem Brunnen. Was hast du für einen Block? Cobblestone. Ich sage, die Taktik habe ich vorhin schon gemacht, die hat nicht funktioniert. Aber es ist Bastis Video. Wir befinden uns gerade auf Bastis Channel. Bastis würde sich nicht zufriedenstellen mit einer Lüge über ein simples Plains Village drauf. Der Mann sagt die Wahrheit. Wenn der Lügen würde, würde er was schweres nehmen. Dafür kenne ich Bastis zu gut. Ich gehe davon aus, dass er die Wahrheit sagt. Warum er uns die Items zeigt? Weil wir jetzt davon ausgehen, okay, er hat sie glücklicherweise woanders gefunden. Aber nein, er hat sie da wirklich gefunden. Und deswegen zeigt er die dann. Bastis hat die Wahrheit gesagt. Yallah. Ich habe eine ganz wilde Theorie dieses Mal. Eigentlich glaube ich ihm, aber ich sage, er hat alle diese Sachen, die er hat, aus einer oder mehreren Mindshaft-Kisten bekommen und hat die Story dazu erfunden. Ich würde gerne glauben, aber ich habe eine andere Theorie. Ja. Und deswegen sage ich, du bist ein Lügner. Oh nein. Ich dachte mir, okay, du würdest jetzt nicht hingehen und würdest so ein Billo, so eine Billo-Struktur lügen. Deswegen habe ich gesagt, du sagst die Wahrheit, weil du warst wirklich da. Ich denke, dass du die Wahrheit gesagt hast. Du hast uns die Items gezeigt, weil du dadurch die Hoffnung hattest, dass wir denken, dass du die woanders gefunden hast und deswegen die Items zeigst, um eben so zu tun, als wenn du es gefunden hättest. Aber dabei hast du es wirklich gefunden. Das ist ein smarter Move von dir gewesen. Deswegen war die Wahrheit. Es tut mir leid. Danke, Jungs. Das ist das erste Mal, dass jemand so hier zwei Punkte bekommt. Heiko bekommt auch einen. Damit steht das 8 zu 6 zu 5 zu 2. So, ich war in so einem Ozeantempel. Was wollte ich da wissen? Was denn? Warst du in einer Ocean-Ruine? Weiß ich nicht genau. Oder warst du in einem Ocean-Monument? Oh ja, genau. In einem Monument war ich. Ich bin da so reingegangen. Dann war da so dieses blaue Cobblestone-mäßige. Dann diese Lampen waren da. Die waren so in so einem Bogen. Dann kam so dieser Typ, der so davor immer so kommt und mir so die Abbaugeschwindigkeit reduziert hat. Und dann bin ich reingeschwommen. Du bist ja dann gestorben und du bist ja dann dort wieder gesponnen. Also du hast dir gar nicht so von der Wasseroberfläche mal das Ding mal ein bisschen genauer angeguckt. Nee, das hatte halt oben eine Spitze. Da habe ich mich dann draufgestellt. Achso. Wie weit bist du in den ersten Raum reingekommen? Ich bin reingeschwommen und da ging es nicht weiter. Da ging es einmal so um die Ecke und das war es. Mehr habe ich nicht gesehen. Er sagt die Wahrheit. Das mit dem Gang, dass er dann nur nach links oder rechts kann, hätte er sonst nicht gewusst. 100 Prozent. Das ist for real Wahrheit gewesen. Kevin sagt zu 100 Prozent die Wahrheit. Allein, wenn ich nicht mal Ahnung hätte von Minecraft. Nur anhand der Art, wie er geredet hat. 100 Prozent. Unser guter Freund Papa Platte spricht hier komplett die Wahrheit. Er war nicht ein Mann der vielen Worte. Er hätte in den paar drei Minuten schon sich mehr merken können. Ich finde auch, er hat es so gemacht, wie ich es gemacht hätte, wenn ich wirklich dort gewesen wäre. Und zwar mit der ersten Frage angefangen. Was wollt ihr wissen? Das war smart. Ich kenne dich sehr, sehr lange und ich würde alles verwetten. Ich bin mir sehr sicher, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich kenne dich noch nicht so lange, aber ich bin mir auch sehr sicher, dass du die Wahrheit gesagt hast. Ich kenne dich schon länger, als du mich kennst und deswegen würde ich sagen, dass du auch die Wahrheit sagst. Ja, dann löse ich auf. Hey! Ja, dann löse ich auf. Neun, sieben, sechs und zwei Punkte. Wir gehen in Runde drei. Abschließende Runde. Es wird sich alles entscheiden. Seid ihr ready für die nächste Struktur? Jawohl! Wenn ich das ganze Ding noch gewinne, bleib dran. Kriege ich mal eine Wahrheit? Juhu! Wir haben ein Shipwreck. Ein Shipwreck in einem normalen Ozean. Wir haben Dschungelholz. Boah, das ist jetzt mal cool. Jetzt muss ich mir das einfach nochmal einprägen. Okay, wir müssen die Wahrheit sagen, dass wir bei diesem Shipwreck waren. Hör doch, wir müssen uns wieder alles genau merken. Ich will nicht wieder der sein, der alles ganz genau weiß. Bitte Wahrheit, bitte Wahrheit. Nein! Okay, ich bin bei einem Shipwreck. Ich muss mir schnell irgendwas anderes überlegen. Oh mein Gott, was kenne ich denn noch gut? Mann, ist das scheiße. Blitzig, gib mir Wahrheit. Ich will nicht mehr lügen. Ja! Wir merken uns einfach gar nicht so viel. Wir hatten ein super zerpflücktes Snowy Plainsdorf. Es hat geschneit, deswegen habe ich nicht so viel gesehen. War halt richtig rippend. Da war so ein Lava-Fluss, der so runterging. Okay, so ein Hotel. Das hatte so vier Fenster. Eine schwarze Katze, die mag Basti sehr gerne. Das hat er uns letztens noch erzählt. Ich glaube, ich nehme diesmal keine Items mit, weil ich jetzt diesmal jetzt nicht wieder denselben Move machen wollte. Aber das ist schön. Ich habe bis jetzt bei meinen Lügen immer leichte Strukturen genommen. Und das würde jetzt wieder auch super gut passen. Shipwreck. Es ist das Hinterteil des Bootes. Dennoch bringt es hier uns in diesem Beispiel und in diesem Fall nichts, weil wir hinten nicht reinkommen. Denn das Hinterteil ist leider... Du, also hier ist seitlich müssen diese Fenster sein, meine ich. Dann könntest du da besser reinschwimmen. Okay, ich bin in einem Stronghold. Ich bin in einem Stronghold direkt an der Treppe gespawnt, wo man runter geht und dann ist da das Portal. Ich mache es einfach genauso, wie ich es die ganze Zeit gemacht habe. Aber ich bleibe ganz entspannt. Ich habe es bei der letzten Struktur auch echt gut hinbekommen. Runde drei. Auf geht's. Stegi, ich bin gespannt, was du für eine Struktur hast. Ich habe einen Shipwreck gesehen. Unterwasser. Die Kiste ist zugebaut gewesen. Konnte ich nicht dran. Es gab eins, also trotzdem diesen Platz, bei dem ich in der Tür stehen konnte. Das Ganze war auf Gravel. Also Gravel, Ocean, irgendwas. Oak, Zäune und Birch Lock. Du sagst, Gravel war auf dem Boden, also dann warst du ja in einem kalten Biom, in einem Cold Ocean. Ja. Und dann erzählst du mir, dass du dir sicher bist, dass dort Oak und Birkenholz ist und nicht typischerweise Spruce. Also Spruce Holz für den Mast. Ich glaube trotzdem, dass da Gravel war. Ich habe so das Gefühl, das ganze Ding hatte kein Dach mehr irgendwie. Wie, es hatte kein Dach? Oh, du haben noch keine Dächer, oder? Nein, 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 aber das Ding hat ja trotzdem eine Decke. So eine Decke, meine ich. Und die Decke war irgendwie nicht mehr da. Also ich musste da gar nicht. So richtig rein. Oh, sorry, dass ich mich gerade hinlege. Das ist unhöflich von wegen her. Der ist so nervös, der ist einfach auf dem Stuhl gekippt. Ich bin ja nicht mal durch die Tür gelaufen. Es ist eine Tür, die offen ist. So einfach, die steht einfach frei rum. Sind an so einem Shipwreck Slaps. Ähm, das habe ich selbst nicht gesehen, glaube ich. Also, ich kann... Oh mein Gott. Wie der rausgestürmt ist aus dem Raum. Warte, ich meine das Ding. War es das? Ich habe nicht so eine Kreide. Ich würde schon sagen, ja, da war ein Slaps. Machst du das jetzt aufgrund meiner Reaktion? Ja. Ja. Ich würde sagen, Stegi hat das, wenn er die Wahrheit sagen sollte, echt nicht so gut beschrieben. Weil das ist mir echt ein bisschen zu wirr. Es gibt solche Shipwrecks auf jeden Fall. Mit auch Birkenholz. Das ist erstmal abschreckend. Aber die gibt es auf jeden Fall. Wenn er die Wahrheit sagen sollte, dann hat er es wirklich nicht gut beschrieben. Weil mit Stein war das zugebaut und es gab kein richtiges Dach. Das stört mich. Ich sage, er lügt. Diesmal sage ich euch ehrlich, sehr tricky. Sagt er die Wahrheit und stellt sich dumm? Ich gehe einfach mit Bauchgefühl und sage, er lügt. Ich weiß, es hat die letzten paar Male nicht funktioniert. Aber ich glaube, ich vertraue meinem Bauchgefühl. Ich glaube, Stegi sagt die Wahrheit. Und versucht mich gerade reinzubeten oder uns reinzubeten, dass wir denken, das ist die Lüge. Ich sage dir eine Sache. Du hast mir so ein absolut komisches Shipwreck beschrieben, dass wenn du die Wahrheit selbst sagen solltest, ich trotzdem ein bisschen sauer auf dich wäre, weil du das echt merkwürdig beschrieben hast. Und du hast es so komisch beschrieben, dass du für mich einfach lügen musst. Deswegen sage ich, du lügst. Da bin ich auch sehr dabei. Es fühlt sich an wie die Wahrheit. Das hättest du absichtlich so Sachen weggelassen oder so. Und halt so. Ja, ich sage auch, du lügst. Irgendwie waren da zu viele random Sachen, die nicht gepasst haben. Okay. Ich habe die komplette Challenge übertrieben verkackt. Aber ich glaube, ich habe dich geredet wie ein Buch, Stegi. Ich glaube, dass du die Wahrheit gesagt hast. Aber du hast sie mit Absicht so ein bisschen vage erzählt. Dass die anderen beiden Atzen neben mir denken, du lügst. Und genau das ist passiert. Du hast aber die Wahrheit gesagt. Und als ich dich gefragt habe, würdest du mich anlügen, meinst du auch so, ja, harte zu Zeiten, so nach dem Motto, hey, ich habe gelogen. Dann werde ich jetzt auflösen, ob ich ein Lügenbeutel bin oder ob ich die Wahrheit gesagt habe. Ich habe die Wahrheit gesagt. Ich habe versucht, ich habe wirklich versucht, alles so detailliert zu erklären. Ich wollte wieder nicht, ich wollte nicht lost sein. Ich wüsste immer noch nicht genau, wie das Boot ausgesehen hat gerade. Also erst mal für Stegi und Papaplatte jeweils einen Punkt. Und mir kommen zwei Punkte. Ach so, sorry. Und ich bekomme zwei Punkte. Ich finde es sehr cool, dass ich jetzt nach zwei Lügenrunden auch jetzt zum Finale noch mal eine Wahrheitsrunde habe. Lustigerweise hatte ich ein Shipwreck. Aha, was denn war Hans? Mein Shipwreck war größtenteils eher über Wasser. Also es war auf jeden Fall am Wasser. Es war an der Küste, so vom Strand, so von dem Beach. Und es war aber auch halbiert. Also bei mir hat die Spitze gefehlt. Und ich konnte an die Navigationskiste. Ich konnte an diese wertvolle Kiste. Gab es neulich einen Serverfix? Oder weswegen genau hat es nicht gelaggt, als du die Navigationskiste aufgemacht hast? Das ist manchmal einfach random. Also ich weiß ehrlich jetzt nicht, wie es auf der... Alter, mit was kommst denn du jetzt um die Ecke, Alter? Holy shit. Hat dein Server jetzt weniger RAM oder was ist da passiert? Alter. Du hast nur auf einen Vierkörner gewechselt. War die Kiste links in diesem Buch drin oder rechts? Links. Ja, ich glaube, ich habe alles gehört, Freunde. Ich gehe rein. Ich glaube, ich glaube, dass Basti gelogen hat. Weil ich war ja ursprünglich auch eigentlich bei dem Shipwreck. Stegi war bei dem Shipwreck. Und als ob er jetzt auch bei dem Shipwreck ist. Das ist zu random. Ich sage, er sagt diesmal die Wahrheit. Das war okay, aber es war nicht so dieses Basti voll geballert mit allen Sachen, die irgendwie kleine Infos sein könnten. Sondern es war so, er kennt die Struktur, aber jetzt nicht zu viel erzählt. Um es vielleicht ein bisschen wie eine Lüge aussehen zu lassen, ohne zu lügen. Ich denke, er sagt die Wahrheit. Es ist mir selbst nicht so schwer gefallen wie, glaube ich, in dieser Runde. Weil ich finde, Basti kann man nicht durchschauen. Er ist so ein Fuchs gerade. Er hat zu viel Minecraft-Wissen, als dass man wirklich nach Minecraft-Wissen gehen kann. Das mit dem Lag halte ich halt jetzt für einen Indiz, dass es Fake sein könnte. Aber ich glaube, dass es nichts Handfestes ist. Ich glaube dir diesmal. Also ich habe gesagt, dass Basti lügt. Ich kann aber nicht genau begründen, warum. Es war so ein Bauchgefühl. Ich habe gesagt, er sagt die Wahrheit. Ich hatte auch die Wahrheit. Oh mein Gott. War aber echt auch gut. Es hat wirklich nicht geleckt oder so. Aber ich habe bis jetzt auch in den Lügenrunden auch immer wenig Details erzählt. Wir haben dich gerade übersprungen. Sag doch was. Na, habe ich. Aber ich habe leise geredet. Oh Gott. Das ist schlimm. Oh nein. Eike, was hattest du denn? Ja, ich muss gerade überlegen, weil es schon lange her ist. Aber ich hatte ein Snowy-Dorf. Das war ein bisschen besonders, weil das so an einem Berg hochgeneriert war. An einem Berg hochgeneriert? Dann war da in der Nähe ein Rove-Biom wahrscheinlich oder so. Was erzählst du schon wieder, Alter? Ein Schneeberg war halt dahinter, ja. Oh Gott. Oh, was kommt jetzt? Er hatte das halt vorhin, ne? Er hatte vorhin die Struktur. Basti hat recht. Achtet auf die Antwort von dem jungen Herrn jetzt. Wenn es dunkel wird, braucht doch jedes Dorf eine Lichtquelle. Wie sieht eine Lichtquelle dort in einem Dorf aus? Das sind so vier Zäune übereinander und dann jetzt welche, die oben plus sind mit Laternen drunter oder auch nur zur Seite weghängen mit Laternen drunter. Was heißt es nur zur Seite weghängen? Ja, sie müssen nicht in alle vier gehen. Die können auch einfach nur links und rechts weggehen. Eiko, ich würde ganz gerne wissen, du hast ja sicherlich natürlich, da sind ja auch Kisten, die hast du ja wahrscheinlich gecheckt, ne? Nee. Hast du nicht gecheckt? Nee. Gut. Habt ihr noch was zu fragen? Nee, nee. Ich glaube, ich weiß alles, was ich wissen muss. Stegis Frage mit den Lampen war unfassbar gut. Also, er war wirklich in diesem Snowplane-Store. Er sagt die Wahrheit. Leute, ich sage, er sagt nicht die Wahrheit, denn es gibt meiner Meinung nach keine Kreuzlaternen. Aber dennoch, es wirkt alles so, als wenn er die Wahrheit sagen würde, finde ich. Es wirkt schon sehr, sehr true und er versucht so ein bisschen zu playen, dass wir denken, er lügt. Aber er lügt wegen der Laternen. Ich sage, der Mann hat gelogen, weil ich glaube, das mit den Kisten war mir ein bisschen suspicious. Ich finde es ein bisschen komisch, in der Village zu sein und dann die Kisten aufzumachen. Deswegen sage ich, dass der nette Haiku-Carscrafter gelogen hat. Das Problem ist, ich bin schon einmal auf dich reingefallen, auch schon bei den Outposts. Da war ich beeindruckt. Aber ich glaube, dass du das jetzt wirklich wusstest, weil du es gesehen hast, dass eben Laternen an diesen Zäunen sind. In Kreuz, wie auch in einfach nur einer Geradenformation. Ich sage dir, du sagst die Wahrheit. Mein Minecraft-Knowledge reicht nicht aus, um nach irgendwas anderem hier zu suchen. Ich finde es einfach komisch, dass du die Kisten nicht aufgemacht hast. Ich habe das Gefühl, das würde man direkt machen. Das fand ich komisch, deswegen habe ich gesagt, du lügst. Meine Erklärung ist ein bisschen konträr zu der von Basti. Ich habe gesagt, er lügt, weil ich eben keine kreuzförmigen Laternen gesehen hatte, sondern nur T-Laternen. Das war mein Problem. Es gibt T und Kreuz. Ich freue mich schon, wieder 0 Punkte zu bekommen. Jawoll! Das ist doch ein schönes Ding. Ja, die Kreuzlampen. Hätte ich hier nicht gewusst. Das wusste ich nur, weil ich heute in einer anderen Minecraft-Welt war, wo ich die abgebaut habe. Die letzte Chance ist noch Punkte zu holen. Kevin, erzähl uns jetzt was. Wir haben den aktuellen Punktestand von 11, 10, 9 und 3. Es bleibt also spannend. Kevin, was hast du denn so gehabt? Ich muss kurz mein Essen wegstellen. Ich war in einem Stronghold. Straight in einem Stronghold einfach. Genau, ich bin unten in diesem Portal-Room gespawnt einfach. Was hast du denn noch so für Räume gesehen? Bitte? Was hast du denn noch so für Räume gesehen? Ich bin dann hochgelaufen. Ja, ich würde sagen, das ist relativ eindeutig. Kannst du noch mal revealen? Ja, klar, kein Problem. Hier, ich habe die Lüge gesagt. Bro, das war so schwer. Bro, du bist hier in der Minecraft-Höhle. Hä? Sag doch mal, aus welchen Blöcken ist, wie hoch ist denn diese Struktur? Sag doch mal bitte, welche Items. Aber übelst geil. Übelst geil. Übergeile Sache. Wir haben einen Engpunktestand von 12, 11, 10 und 3 Punkten. Damit geht der Pokal ans Haus GHG. Heikhoff, der 2, Stiege auf der 3 und Kevin auf einem respektablen 4. Platz. Wenn euch das Ganze gefallen haben sollte, lasst unbedingt ein Like da. Schaut bei allen anderen vorbei. Abonniert all unsere Kanäle. Und wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dann. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao, ciao.